Bevor die Glocke in den Turm eingebracht, in ihr Gefach eingebracht werden kann, muss der Deckel abgenommen werden. Und da haben wir heute einen guten Tag erwischt. Das Wetter ist wunderbar, sodass das alles ganz trocken und bei schöner Witterung gemacht werden kann. Die Uhr ist abgestellt seit heute Morgen um viertel nach acht. Da kamen dann die Handwerker an und haben alles vorbereitet und präpariert. Und es ist eben, wie gesagt, der Herr Schatz persönlich, der sich das nicht nehmen lässt, also da höchst selbst den Kranwagen bedient. So eine kleine Schar bisher, aber es ist auch noch Zeit, bis es dann so weit ist, dass die Glocke tatsächlich hochkommt auf den Turm. So, jetzt ist der Deckel abgenommen und der Turm steht offen.